Sie können also Pseudocode? Prima! Dann habe ich hier einen Algorithmus für Sie, den Sie sich mal anschauen können und mir dann sagen können, was der tut, was der da berechnet. Er berechnet nämlich etwas, deswegen nenne ich ihn Calculator und er bekommt zwei Eingaben, nämlich eine Zahl n und eine Zahl m, beides natürliche Zahlen. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir uns diese beiden Zahlen nochmal in zwei Variablen merken. Also eine Variable soll x heißen, die wird am Anfang mit n initialisiert und eine andere soll y heißen. Da schreiben wir ein m hinein. Und dann brauchen wir noch eine dritte Variable, die ist am Anfang 0. Und jetzt läuft hier eine Schleife. Solange das x größer gleich 1 ist, machen wir folgendes. Wir machen eine Fallunterscheidung und zwar schauen wir uns an, ist das x gerade oder ungerade. Es bleibt während des ganzen Algorithmus nämlich eine ganze Zahl. Wenn x also eine gerade Zahl ist, dann machen wir folgendes. Wir überschreiben das x mit einem neuen Wert, nämlich mit x halbe. Und ansonsten, also else, machen wir was anderes. Zum einen überschreiben wir das x ebenfalls, aber jetzt nicht mit x halbe. Das würde ja auch nicht aufgehen. Wir wollen ja, dass es eine ganze Zahl bleibt. Deswegen ziehen wir erst mal 1 ab und teilen dann das Ergebnis durch 2. Und jetzt ändern wir auch das p. Wir schreiben nämlich in das p eine Zahl rein, wo das y tatsächlich drauf addiert wird. Also p wird zu p plus 1. Und in beiden Fällen, also sowohl wenn x gerade ist, als auch ungerade, verändern wir auch noch das y. Wir verdoppeln es nämlich. y wird zweimal y. Und ganz am Schluss geben wir dann noch das p zurück. Das ist unser Ergebnis. Sie sehen sicherlich sofort ein, dass wenn man jetzt Pseudocode versteht und hier irgendwelche Zahlen n und m einsetzt, dann kann man sehr gut nachvollziehen, was er macht. Man muss jetzt nur durchgehen und dann kann man am Schluss sehen, was dieses p dann ist. Was aber das Ganze soll, wozu der Algorithmus überhaupt gut ist im allgemeinen Fall, wenn man ihm irgendein n und m übergibt, das kann man ihm nicht so direkt ansehen. Und deswegen gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp. Dieser Algorithmus läuft nämlich auch unter dem Namen ägyptische Multiplikation. Es ist nämlich so, dass Calculate von n und m für alle n und m aus den Mengen der natürlichen Zahlen immer das Produkt von n und m berechnet. Deswegen heißt es hier auch p, p wie Produkt. Da fällt mir gerade ein Witz ein. Der geht so. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine zum anderen, Du, ich kann echt super schnell rechnen, sagt der andere. Okay, das prüfen wir mal. Wie viel sind denn zum Beispiel 317 mal 468? Zwei Millionen! Das ist völlig falsch. Ja, aber unheimlich schnell! Was nützt uns der schönste und schnellste Algorithmus, wenn er falsch ist, wenn er nicht das richtige Ergebnis liefert? In dem Fall hier, wenn es tatsächlich eine Multiplikation ist, dann sollte bitteschön, wenn ich n gleich 317 und m gleich 468 setze, nicht zwei Millionen rauskommen. Das wäre nämlich falsch. Stattdessen sollte das richtige Ergebnis der Multiplikation rauskommen, nämlich 148.356. Und ist das hier der Fall? Naja, wir können die beiden Zahlen einsetzen, das ausrechnen und sehen, ob das rauskommt, aber das beweist ja noch gar nicht, dass es auch für andere Zahlen klappt. Und das ist das eigentliche Problem, das sehe ich dem Algorithmus nämlich nicht an. Ich kann für einzelne Werte es nachvollziehen, aber ob es generell klappt, sieht man nicht so einfach. Da muss man etwas tun und darum soll es in diesem Video gehen. Damit wir uns sicher sein können, dass ein Algorithmus auch korrekt ist, das heißt, dass er das berechnet, was er berechnen soll, in diesem Fall zwei Zahlen multiplizieren, müssen wir ihn auf eine Weise verstehen, die über das hinausgeht, was man macht, wenn man nur durch den Algorithmus einmal durchgeht für bestimmte Eingaben und dann nachvollzieht, was er tut. Wir müssen ihn so durchdringen, dass wir uns sicher sind, dass für alle Eingaben auch das Richtige berechnet wird. Wir bräuchten jemanden, der uns den Algorithmus erklärt und zwar so erklärt, dass wir ihn richtig verstehen, dass wir wissen, dass er korrekt ist. Anders gesagt, wir brauchen einen Korrektheitsbeweis. Beweis im Allgemeinen bedeutet ja einen Text, der uns schlüssig und lückenlos belegt, dass etwas der Fall ist, also hier, dass der Algorithmus korrekt ist. Und das ist leider gar nicht einfach. Da gibt es mindestens zwei Probleme. Ich habe die hier mal hingeschrieben. Das eine Problem ist, dass es eben nicht ausreicht, es für ein paar Beispiele mal durchzurechnen und dann zu sehen, ja, bei diesen Beispielen klappt es. Es gibt ja unendlich viele Eingaben. Und nur weil ich es für endlich viele mal ausprobiert habe, heißt das nicht, dass es für alle anderen, für die ich es nicht ausprobiert habe, auch funktioniert. Ein Korrektheitsbeweis beweist die Korrektheit für alle Eingaben. Und wenn das unendlich viele sind, kann man die unmöglich alle durchprobieren und die Korrektheit für jedes einzelne zeigen. Also braucht man ein Argument, das nicht sagt, das und das ist die Eingabe, sondern generell allgemein für alle möglichen Eingaben funktioniert und dann die Korrektheit zeigt. Das zweite Problem ergibt sich daraus, dass ein Beweis, damit er nützlich ist, auch so sein muss, dass man ihn verstehen kann. Man muss ihn durchlesen können und verstehen können. Das heißt, das muss ein Text sein mit fester Länge. Das kann kein unendlich langer Text sein oder ein Text, dessen Länge variiert, je nachdem, welchen Fall ich mir anschaue, sondern ein fester Text, fester Länge und das ist ein Problem, weil nämlich der Ablauf eines Programms, oder schreiben wir an dieser Stelle korrekterweise eines Algorithmus, ja, keine feste Länge hat. Wie oft eine Schleife durchlaufen wird zum Beispiel oder wie viele rekursive Aufrufe geschehen, hängt von der Eingabegröße ab. Und bei vielen Algorithmen, so auch bei der ägyptischen Multiplikation, steigt die Anzahl der Schleifendurchläufe mit den Eingabegrößen. Je größer ich die Eingabe wähle, desto häufiger wird so eine Schleife durchlaufen. Ich kann den Beweis also nicht so aufziehen, dass ich sage, beim Schleifendurchlauf 1 macht er das und das, beim Schleifendurchlauf 2 macht er das und das, beim Schleifendurchlauf 3 macht er das und das und immer so weiter. Denn die Zahl der Schleifendurchläufe ist ja nicht begrenzt, das kann ja immer, immer mehr werden. Und dann würde mein Beweis immer länger und länger werden, wäre am Ende unendlich lang und das kann ich nicht gebrauchen. Wenn ich also die Korrektheit beweisen will von einem Algorithmus, der beispielsweise eine Schleife enthält, dann kann ich nicht jeden Schleifendurchlauf einzeln erwähnen, sondern ich muss es genereller machen. Ich muss ein Argument finden, das die Korrektheit von Schleifendurchläufen zeigt und zwar für beliebige Schleifendurchläufe. Man kann sich das so vorstellen, als würde ich Argumente recyceln. Wenn die Schleife tausendmal durchläuft, dann benutze ich das selbe Argument für jeden einzelnen Schleifendurchlauf und muss das dann eben nicht tausendmal wieder hinschreiben, sondern es ist immer das selbe Argument, das für jeden einzelnen Schleifendurchlauf zeigt, dass der korrekt ist, was auch immer das heißt. Das müssen wir uns gleich nochmal überlegen. Und dann muss aus der Korrektheit jedes einzelnen Schleifendurchlaufs die Korrektheit des gesamten Algorithmus gezeigt werden. Wie man das machen kann, Argumente für Schleifendurchläufe zu recyceln, dass sie für beliebige Schleifendurchläufe funktionieren, da schauen wir uns später an, da gibt es nämlich einen Trick, das sind die sogenannten Schleifen-Invarianten. Vorher noch eine andere Sache, es gibt nämlich zwei verschiedene Aspekte der Korrektheit. Um zu beweisen, dass ein Algorithmus korrekt ist, müssen wir nämlich zum einen zeigen, dass er überhaupt ein Ergebnis berechnet und zum anderen müssen wir dann zeigen, dass es das richtige Ergebnis ist. Was heißt denn er berechnet überhaupt ein Ergebnis? Ist es nicht so, dass jeder Algorithmus ein Ergebnis rechnet? Nein, denn es könnte sein, dass der Algorithmus rechnet und rechnet und rechnet und niemals fertig wird. Auf der Suche nach einem Korrektheitsbeweis müssen wir also zunächst einmal das sogenannte Halteproblem lösen. Wir müssen also zeigen, dass der Algorithmus anhält, irgendwann zu Ende ist mit seinem Rechnen und zwar für beliebige Eingaben. Dazu fällt mir wieder ein Witz ein und zwar einer, der mindestens genauso schlecht ist wie den, den ich gerade erzählt habe. Der Bürgermeister von Schilder braucht eine neue Hose. Er geht zum Schneider, der Schneider nimmt Maß, schneidet ihm eine Hose und als der Bürgermeister zur Anprobe kommt, stellt sich heraus, die Hose ist leider ein bisschen zu kurz. Da sagt der Schneider, na, kein Problem, kriege ich bis morgen hin. Er kürzt die Hose ein wenig und als am nächsten Tag der Bürgermeister wiederkommt, stellt sich heraus, die Hose ist immer noch zu kurz. Sagt der Schneider, na, kommen Sie morgen wieder, ich muss da nochmal ran. Er kürzt die Hose wieder ein Stück und als der Bürgermeister wiederkommt, ist sie wieder zu kurz. Da ist der Schneider ganz verzweifelt und sagt, ich verstehe das nicht, ich habe die Hose jetzt schon zweimal gekürzt und sie passt immer noch nicht. Okay, das war ja nicht wirklich witzig. Höchstens für Algorithmiker, denn das Problem des Schneiders von Schilder besteht daran, dass er den falschen Algorithmus verwendet. Der geht so vor, angenommen, der Bürgermeister hat Hosenlänge 32 und ich kriege jetzt hier das als A, die Länge der Hose, die ich bereits geschneidert habe, rein. Dann setze ich das erstmal in X und laufe dann so lange durch hier, solange die Hose also zu kurz ist für den Bürgermeister, ziehe ich was ab. Und am Schluss gebe ich dann die entsprechende Länge, die die Hose haben soll, wieder zurück. Wenn ich mit einer Hose reinkomme, die zu groß ist, ist es nicht ganz so schlimm, dann ist die Bedingung hier nicht erfüllt und dann gebe ich halt die Hose zurück, wie sie ist. Dann trägt der Bürgermeister von Schilder eben eine zu große Hose. Macht nichts, aber wenn ich mit einer Hose loslege, die schon zu kurz ist, dann habe ich ein Problem. Dann komme ich hier zum Beispiel mit einer 30 rein, das X wird auf 30 gesetzt und dann steht hier 30 kleiner 32 ist true. Und das ändert sich auch nicht, weil ich das X ja immer kleiner mache. Irgendwann wird das X 0 und dann negativ und geht weiter bis Minus und endlich, wie die dazugehörige Hose aussieht, weiß ich auch nicht. Spielt hier keine Rolle. Wichtig ist an der Stelle, dass diese Schleife nie endet. Der Algorithmus hört nie auf, er hält nie an. Man kann auch sagen, er stürzt ab oder hängt sich auf. Wie auch immer. Jedenfalls, es wird kein Ergebnis berechnet und wenn kein Ergebnis berechnet wird, kann es auch nicht korrekt sein. Das heißt, wir sagen, ein Algorithmus, der nicht anhält, ist auch nicht korrekt. Wenn man jetzt nicht zufällig gerade ein Schildbürger ist, dann ist natürlich bei dem Algorithmus völlig offensichtlich, dass er nicht funktionieren kann. Das ist aber nicht immer so. Es gibt Algorithmen, wo man das nur schwer sehen kann, ob sie anhalten oder nicht. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen, das ist nach seinem Erfinder Kollatz benannt. Der Algorithmus kriegt eine natürliche Zahl und initialisiert am Anfang eine Variable i auf 0. Und nun soll eine Y-Schleife laufen und zwar, solange das n größer als 1 ist. Und wir sehen, das wird gleich die Schleife sein, von der wir nicht so einfach sagen können, wie oft sie durchlaufen wird. Es ist nämlich so, wir machen hier wieder eine Fallunterscheidung. Wir unterscheiden wieder den Fall, dass n gerade ist. Dann machen wir eine Sache, nämlich wir halbieren das n. So ähnlich, wie wir das eben bei der ägyptischen Multiplikation gemacht haben. Und ansonsten vergrößern wir das n. Wir setzen nämlich n auf 3 mal n plus 1. Wir sehen, in dem Fall wird es kleiner, in dem Fall wird es größer. Und das macht das Ganze kompliziert. Es gibt da keinen klaren Trend. Es kann immer hoch und runter gehen. Wir schauen uns gleich im Beispiel an. Was mich jetzt hier am meisten interessiert, ist, wie oft diese Y-Schleife durchlaufen wird. Und deswegen protokolliere ich das in der Variablen i mit, die bei jedem Durchlauf von 1 hochgezählt wird. Und wenn dann irgendwann einmal das n kleiner gleich 1 wird, dann endet die Schleife. Und dann gebe ich diese Anzahl der Schleifendurchläufe, dieses i, als Ergebnis zurück. Schön, dann probieren wir das doch gerade mal aus für ein paar Eingaben, damit wir dann eine Idee von kriegen, wie das funktioniert. Am einfachsten wäre es doch mal, wenn wir hier Kollatz von 1 reinsetzen. Was müssen wir da machen? Ja, gar nichts, denn diese Bedingung ist nicht erfüllt. Das heißt, er läuft gar nicht durch die Schleife durch. Er gibt also einfach eine 0 zurück. Gut, das nächste wäre jetzt Kollatz von 2. Was passiert da? Naja, wir kommen hier rein. Jetzt laufen wir schon durch. Also, die 2 ist ja größer als die 1. Und sie ist aber auch gerade. Das heißt, ich habiere das. Und dann setze ich hier das n von der 2 auf 1. Und im nächsten Schleifendurchlauf endet das Ganze. Das heißt, da habe ich dann insgesamt einen Schleifendurchlauf gemacht. Das ist auch noch nicht schwierig. Wie sieht es jetzt aus mit Kollatz von 3? Also, jetzt wird es schwierig. Denn sehen Sie, sobald ich hier reinkomme, bin ich jetzt in diesem Fall hier. Und dann wird das n größer anstatt kleiner. Ich fange also mit einer 3 an als Eingabe. Und als nächstes bin ich in dem Fall, dann habe ich hier 3 mal 3 sind 9 plus 1 sind 10. Und dann gehe ich mit der 10 rein im nächsten Schleifendurchlauf. Habe ich hier 10, ist gerade, wird also halbiert. Ich bin also bei 5. Jetzt ist die 5 aber wieder ungerade. Da habe ich hier im zweiten Fall. Dann habe ich hier 3 mal 5. 15 plus 1 sind 16 stehen. 16 ist jetzt gerade. Ich bin im oberen Fall. Ich halbiere es also. 8 ist auch gerade. Halbiere ich auch. Die 4 ist auch gerade. Dann bin ich bei der 2. Und dann bin ich bei der 1. Und dann endet das Ganze. Das heißt, insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schleifendurchläufe gehabt. Das heißt, Kollatz von 3 ist gleich 7. Sie sehen, wenn die Schleife ein bisschen länger dauert, kann das ganz schön rauf und runter gehen mit den Zahlen. Und wenn man eine größere Eingabezahl wählt, kann es sogar noch größer werden. Hier habe ich Beispiel 25 als Eingabe. Und da fange ich bei 25 an. Dann geht es zu 76, 38, 19. Dann geht es wieder rauf zu 58 und so weiter. Das ist ein Gebirge mit viel Berg und Tal, bis es am schließlich hier in diesem Fall nach 23 Schleifen durchläufen, bis wieder bei der 1 ankommt und dann das Ganze endet. Wenn man dann die Eingabe noch ein bisschen vergrößert, wird es sogar noch schlimmer. Beispielsweise Kollatz von 27 ist sage und schreibe 9.323. Und jetzt könnte man denken, na gut, je größer die Zahl wird, die Eingabe wird, desto größer wird auch her. Der Durchlauf ist aber nicht so. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kollatz von 32 nehmen, irgendeine Zweierpotenz, dann bleibe ich nur in dem ersten Fall. Ich halbiere, halbiere, halbiere und bin ziemlich schnell fertig. Das heißt 32, 16, 8, 4, 2, 1, fertig, nach fünf Schleifen durchläufen, ist das durch. Und jetzt frage ich Sie, schauen Sie sich nochmal den Algorithmus an. Hält der für alle Eingaben n oder gibt es eine natürliche Zahl n, die, wenn ich jetzt hier das n als Eingabe gebe, dafür sorgt, dass diese Schleife unendlich lang durchlaufen wird und der ganze Algorithmus niemals zum Ende kommt? Tja, die Antwort auf die Frage ist, es weiß kein Mensch, man weiß es nicht, niemand hat bisher bewiesen, dass Kollatz für alle n aus n auch anhält. Es kann also durchaus sein, dass wenn Sie hier durch das Kollatzgebirge spazieren gehen, Sie irgendwo in der Mitte abstürzen und niemals ans Ziel kommen. Der Kollatz-Algorithmus ist also ein Beispiel für einen ziemlich einfachen Algorithmus, bei dem das alte Problem sehr schwer zu lösen ist, wo man nicht sehen kann, ob der immer anhält. Zum Glück ist es bei der ägyptischen Multiplikation anders. Da kann man das ziemlich leicht zeigen. Schauen wir uns nochmal den Algorithmus an. Die Anzahl der Schleifendurchläufe hängt ja von dem x ab. Solange das x größer gleich 1 ist, laufe ich noch weiter durch die Schleife durch. Am Anfang wird das x auf n gesetzt. Das heißt, letztlich ist es das n, was bestimmt, wie oft die Schleife durchlaufen wird. Da das n hier eine natürliche Zahl ist, also eine ganze Zahl ist, ist das x am Anfang eine ganze Zahl. Jetzt ist es so gestrickt, dass wann immer ich hier das x verändere, es anschließend auch noch eine ganze Zahl ist. Wenn jetzt x gerade ist, kann ich es durch 2 teilen, dann ist das Ergebnis hier von x durch 2 wieder eine ganze Zahl. Und wenn das x ungerade ist, dann ziehe ich 1 ab und x minus 1 ist dann gerade, dann kann ich das durch 2 teilen. Das heißt, ich habe jetzt diese beiden Eigenschaften hier, x am Anfang n und damit eine ganze Zahl. Und x bleibt auch immer eine ganze Zahl. Und dann kommt die dritte Sache, dritte Beobachtung. Solange das x größer als 0 ist, wird x bei jedem Schleifendurchlauf kleiner. Ja, und das ist ganz klar, wenn das x größer als 0 ist, ist x halbe kleiner als x und auch erst recht x minus 1 halbe ist kleiner als x. Das heißt, das x wird immer kleiner. Und dann haben Sie diese drei Eigenschaften und als viertes kommt das hier. Die Schleife bricht ab, sobald das x kleiner gleich 0 ist. Nun gibt es zwischen der natürlichen Zahl n und der 1 ja nur n Zahlen. 1 ist ja der kleinste Wert, den x erreichen kann. Und da sich das x ja jedes Mal verändert, es wird ja jedes Mal kleiner und es aber jederzeit eine ganze Zahl bleibt, heißt das ganz einfach, die Schleife kann höchstens n Mal durchlaufen werden. Nach n Schleifen durchlaufen endet der Algorithmus. Und das heißt, er endet für alle Eingaben, denn bei jeder Eingabe geben wir ja ein n an als eine der beiden Eingaben. Und dadurch ist eben beschränkt die Anzahl der Schleifendurchläufe. So, das erste haben wir also geschafft. Wir haben gezeigt, dass die ägyptische Multiplikation immer hält, egal was wir für eine Eingabe machen, und dann auch eine Ausgabe produziert. Als nächstes müssen wir uns überlegen, ist das denn auch die richtige Ausgabe? Das heißt, kommt dann tatsächlich am Schluss das Produkt der beiden Eingabe-Parameter n und m heraus? Und das schauen wir uns jetzt an. Zunächst einmal ist klar, ein Algorithmus ist eine Methode, die ein Problem löst, und zwar nicht in einem Schritt, sondern in mehreren Schritten hintereinander. Es gibt also hier irgendwo eine Eingabe, und dann wird diese Eingabe verarbeitet. Es gibt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter, bis am Schluss Schritt K kommt. Und K ist irgendeine Zahl, die natürlich von der Eingabe abhängt. Ja, haben wir ja vorhin gesagt, je größer das n wird, desto größer wird hier das K beispielsweise. Und dann haben wir am Schluss eine Ausgabe, und die wird zurückgegeben. Damit das Ganze korrekt ist, muss natürlich bei jeder Eingabe dann hier am Ende die richtige Ausgabe herauskommen. Und wie zeigen wir das? Nur, wir müssen einfach nur zeigen, dass die ganzen Schritte in der Zwischenzeit korrekt sind. Dass sie also alle richtig arbeiten, damit am Schluss bei der Eingabe die richtige Ausgabe herauskommt. Da müssen wir jetzt allerdings sagen, was heißt denn überhaupt, dass ein Schritt korrekt ist? Und das ist ein Problem, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. An der Stelle ist folgendes wichtig, wir müssen uns mal überlegen, was kann das überhaupt sein, dass man sagt, ein Schritt ist korrekt? Kann ein Schritt für sich genommen korrekt sein? Und die Antwort ist, nein, eher nicht. Stellen Sie sich mal folgendes vor, das ist jetzt hier ein Fließband, und da werden Autos produziert. Also Schritt 1 besteht zum Beispiel darin, dass eine Karosserie aufs Band gestellt wird. Schritt 2 besteht darin, dass jetzt die Räder an die Karosserie hingesteckt werden, und bei Schritt 3 werden dann die Räder mit Schrauben befestigt. Dann ist klar, wenn Schritt 1 nicht funktioniert hat, wenn da keine Karosserie hingestellt ist, kann Schritt 2 nicht korrekt arbeiten, ohne Karosserie kann ich keine Räder ranstecken, und Schritt 3 kann nicht arbeiten, wenn ich Schritt 1 und Schritt 2 funktioniert haben. Wenn da keine Karosserie steht und keine Räder dran sind, kann ich die Räder auch nicht festschrauben. Die Korrektheit eines Schrittes hier in der Kette hängt also immer davon ab, ob auch die Schritte davor korrekt gewesen sind und richtig gelaufen sind. Nur dann kann ich überhaupt davon sprechen, dass der nächste Schritt jetzt auch korrekt ist. Und genau so wird unsere Beweisstrategie aussehen. Wir werden immer sagen, angenommen bis zu einem Schritt i, und i soll hier irgendwie einer von diesen Schritten sein, ist alles gut gelaufen. Und jetzt will ich unter der Bedingung, dass bis Schritt i alles gut gelaufen ist, schauen, ob es dann auch mit dem nächsten Schritt, mit dem Schritt i plus 1 alles korrekt zugeht. Wir machen hier also immer einen Schluss von i auf i plus 1, also von der Korrektheit aller Schritte von 1 bis i auf die Korrektheit des i plus ersten Schritts, des nächsten Schritts. Und wenn wir die gezeigt haben, haben wir ja die Korrektheit von 1 bis i plus 1, dann können wir von denen wieder schließen auf die Korrektheit des i plus zweiten Schrittes, des übernächsten Schrittes und so weiter, bis wir am Ende dann bei Schritt k angekommen sind. Und wenn wir die Korrektheit von k auch bewiesen haben und dann alle Schritte korrekt sind, dann müssen wir noch zeigen, dass die richtige Ausgabe entsteht und dann haben wir die Korrektheit bewiesen. Dieses Beweisprinzip hier ist auch bekannt unter dem Namen Induktionsbeweis. Kennen Sie vielleicht aus der Mathematik, da spricht man auch über ein ganz ähnliches Schema von vollständiger Induktion. Es beruht einfach auf folgender Idee, wir zeigen erstens, dass der Schritt 1 korrekt ist, der erste Schritt. Und dann, das ist der Schluss von i auf i plus 1, zeigen wir, für alle i gilt, wenn der Schritt 1 bis i, also alle vorangegangenen i Schritte korrekt waren, dann ist auch der nächste Schritt, der i plus 1. Schritt korrekt. Und da wir diesen Schluss hier unten, diesen Punkt 2 ja immer weitermachen können, können wir also dann auch auf i plus 2, auf i plus 3 und so weiter gehen und können auf diese Weise die ganze Kette lang beweisen, dass alles korrekt ist. Wir recyceln sozusagen das Argument hier unten für alle Schritte, die da kommen mögen, bis zum Karten Schritt und K müssen wir gar nicht festlegen. Das hängt ja von der Eingabe ab. Das kann also beliebig lang dauern, dieser Algorithmus, beliebig viele Schritte haben. Am Schluss müssen wir nur dieses Argument hier anbringen und dann haben wir gezeigt, dass alle Schritte korrekt sind. Wie kann ich jetzt dieses Schema anwenden, um tatsächlich die Korrektheit der ägyptischen Multiplikation zu beweisen? Nun, ich muss erst mal sagen, was die Schritte sind und dann mache ich es mir einfach. Ich sage, jeder Schritt ist einer von diesen Schleifendurchläufen. Und dann ist klar, immer wenn ein neuer Schleifendurchlauf kommt, dann kommt eben der nächste Schritt. Und jetzt muss ich aber definieren, was die Korrektheit eines Schleifendurchlaufs ist. Und da benutze ich eine Technik, die in der Informatik gerne angewendet wird. Und das ist die der sogenannten Schleifeninvarianten. Invariant heißt, etwas verändert sich nicht. Eine Invariante ist eine Größe, die gleich bleibt, die sich nicht verändert. Und eine Schleifeninvariante ist eine, die sich bei einem Schleifendurchlauf nicht verändert. Was verändert sich da nicht? Das kann zum Beispiel ein Wert sein. Irgendein Ausdruck, der eine Zahl ergibt und die Zahl, die dabei herauskommt, verändert sich nicht durch das Durchlaufen der Schleife. Andererseits könnte es auch zum Beispiel eine Aussage sein, die während der Schleifendurchläufe wahr bleibt. Schleifeninvariante bedeutet, dass der Wert oder die Aussage immer vor jedem einzelnen Schleifendurchlauf gilt und wenn das der Fall ist, dann auch nach jedem Schleifendurchlauf wieder gilt. Das heißt, die Schleifeninvariante gilt hier immer an diesen Stellen zwischen den einzelnen Schritten. Denn jeder Schritt soll ja ein Schleifendurchlauf sein. Innerhalb dieser Schritte, also wenn da mehrere Befehle stehen in einem Schleifendurchlauf, dann nehmen wir das jetzt hier im Moment als einen Schritt, muss die Schleifeninvariante nicht gelten. Erst am Ende des Schleifendurchlaufs muss sie wiederhergestellt sein und sie muss auch gelten ganz am Anfang. Das heißt, bevor wir hier überhaupt in den ersten Schritt reingehen und sie muss dann auch ganz am Ende, wenn wir den letzten Schritt ausgeführt haben, ebenfalls wieder gelten. Eine Schleifeninvariante, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, ist also entweder ein Ausdruck, der vor und nach jedem einzelnen Schleifendurchlauf gleich bleibt oder auch eine Aussage, die vor und nach jedem Schleifendurchlauf wahr bleibt. Bei einem herkömmlichen Algorithmus gibt es natürlich nicht nur eine Schleifeninvariante, sondern da kann man sich sehr, sehr viele Schleifeninvarianten ausdenken, also Ausdrucke, die gleich bleiben oder Aussagen, die wahr bleiben, immer vor und nach jedem Schleifendurchlauf. Wir müssen natürlich hier eine finden, die uns nützt. Eine Schleifendvariante hatten wir vorhin tatsächlich schon verwendet bei dem Beweis, dass die ägyptische Multiplikation hält. Da hatten wir ja gesehen, dass das x immer eine ganze Zahl bleibt und das ist hier eine Aussage, die immer vor und nach jedem Schleifendurchlauf wahr ist. Vor jedem Schleifendurchlauf, auch ganz am Anfang, bevor überhaupt die erste Schleife durchlaufen wird, ist das x ja auf n gesetzt und das n ist eine natürliche Zahl und damit eine ganze Zahl. Also am Anfang gilt, x ist eine ganze Zahl und dann sind wir bei den Fällen durchgegangen. Wenn x gerade ist, wird es halbiert, dann bleibt es auch eine ganze Zahl und wenn x ungerade ist, wird 1 abgezogen und halbiert, dann bleibt das auch eine ganze Zahl und das bedeutet, dass wenn x vor dem Schleifendurchlauf eine ganze Zahl war, ist dann auch nach dem Schleifendurchlauf immer noch eine ganze Zahl wahr und nach dem Schleifendurchlauf, nach dem i-ten Schleifendurchlauf, ist ja dann vor dem i plus ersten Schleifendurchlauf. Dann ist es wieder vor dem i plus ersten Schleifendurchlauf eine ganze Zahl und entsprechend demselben Argument, das wir dann nicht nochmal erwähnen müssen, das wird recycelt, ist es dann eben auch eine ganze Zahl nach dem i plus ersten Schleifendurchlauf. Und so geht das immer weiter und auf die Weise können wir dann zeigen, dass es ganz am Schluss eben auch noch eine ganze Zahl ist und die ist dann kleiner 0 und dann endet der Algorithmus. Das war jetzt aber das alte Problem, ja, zu zeigen, dass es hält. Wir wollen aber nun die Korrektheit zeigen und da müssen wir uns nach einer Schleifendurchvariante umsehen, mit der wir das beweisen können. Und die zu finden, ist gar nicht so einfach. Schleifendurchvariante zu finden, ist leicht, aber eine zu finden, mit der sich die Korrektheit beweisen lässt, ist eben schwierig. Da gibt es auch kein Patentrezept für, da muss man Gehirnschmalz reinstecken, da muss man nachdenken, vielleicht meditieren, sich überlegen, was man da macht und wenn man dann aber die richtige Idee hat, dann lässt sich damit der Beweis führen. Schauen wir uns doch mal zusammen an den Algorithmus und überlegen, was wir hier für eine Schleifendurchvariante wählen können. Na, wenn wir uns das genau anschauen, dann merken wir, dass x wird ja immer kleiner, im Wesentlichen halbiert es sich. Wenn es ungerade ist, müssen wir es halbieren und abrunden, also x minus 1 halbe schreiben. Dafür verdoppelt sich das y. Am Schluss soll ja ein Produkt rauskommen von x mal y. Wenn ich x mal halbiere und y verdopple, bleibt das Produkt gleich. Das heißt, x mal y scheint schon mal ein Kandidat für eine Schleifendenvariante zu sein. Das stimmt allerdings in dem zweiten Fall nicht, denn hier wird das x ja am Anfang verringert, bevor es halbiert wird. Dafür wird hier das p erhöht, und zwar um den Wert y, bevor ich das y verdopple. Und wenn Sie hier das neue y mit dem neuen x multiplizieren, und das x ist ja kleiner geworden, und das ist ja nicht halbiert, sondern das x minus 1 halbe geworden, dann fehlt da ein Wert. Und es fehlt genau y. Das ist genau das, was wir hier in das p reingeschrieben haben. Wenn Sie das jetzt noch nicht genau verstanden haben, macht nichts, wir rechnen das gleich nochmal nach. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ungefähre Vorstellung, was für eine Invariante sein könnte. Es ist in diesem Fall ein Wert und nicht eine Aussage, und wir wählen folgenden Wert hier. Die Schleifeninvariante soll sein, x mal y plus p. Dieser Wert wird sich herausstellen, ändert sich nicht. Die Werte in den Variablen werden bei einem Schleifendurchlauf so verändert, dass insgesamt x mal y plus p gleich bleibt. Das ist also eine Schleifeninvariante. Wir müssen jetzt also zwei Dinge zeigen. Erstens müssen wir beweisen, dass das tatsächlich eine Schleifeninvariante ist. Und wenn wir das gezeigt haben, müssen wir zeigen, dass der Algorithmus korrekt ist und immer das Produkt ausspuckt. Wir fangen jetzt also erstmal damit an, zu zeigen, dass das hier eine Schleifeninvariante ist. Und damit wir das ordentlich hinschreiben können, müssen wir einen Weg finden, wie wir die Werte, die in den Variablen vor beziehungsweise nach den Schleifendurchläufen gespeichert sind, notieren können. Und dazu wählen wir hier folgende Notationen. Wir machen unten hier als Index die Nummer des Schleifendurchlaufs. Also xi ist der Wert von x nach dem i-ten Schleifendurchlauf. x5 also der Wert nach dem fünften Mal Durchlaufen der großen Weißschleife. Und ganz am Anfang, bevor wir überhaupt die erste Schleife durchlaufen haben, ist der Wert x0. Und ganz genauso definieren wir jetzt hier auch Notationen für y und p, dass die beiden anderen Variablen in der Schleife vorkommen. Also yi wäre dann der Wert, der in der Variablen y steht, nachdem der i-te Schleifendurchlauf komplett beendet ist und pi dann eben der Wert nach dem i-ten Schleifendurchlauf, der in p steht. Jetzt wollen wir also zeigen, dass x mal y plus p eine Schleifeninvariante ist. Und das heißt ganz einfach, dass der Ausdruck, wenn ich hier überall i drunter schreibe, also nach dem i-ten Schleifendurchlauf, das gleiche ist, wie wenn ich hier überall i plus 1 in den Index schreibe, also der Wert nach dem i plus 1 ersten Schleifendurchlauf, vor dem i plus ersten Schleifendurchlauf, nach dem i plus ersten Schleifendurchlauf bleibt dieser Wert gleich. Und das müssen wir für alle i zeigen, von 0, 1, 2, 3 und so weiter. So, und ein kurzer Blick auf den Algorithmus zeigt uns, da gibt es jetzt ja zwei Fälle. Es gibt den Fall x gerade und es gibt den Fall x ist ungerade. Und die müssen wir jetzt, wenn wir das hier ausrechnen wollen, natürlich getrennt abhandeln. Also entweder ist das x i, das ist vor dem i plus ersten Schleifendurchlauf, der Wert, der in x steht, ist gerade, dann sind wir hier in dem ersten Fall drin oder er ist ungerade, dann sind wir in dem zweiten Fall. Also fangen wir mit Fall 1 an, dass es hier x ist gerade, dann wird das x halbiert und das y verdoppelt und das p bleibt gleich. Ja, schreiben wir das hier unten mal hin. x i plus 1 mal y i plus 1 plus pi plus 1, das ist der Wert der Schleifendurchlauf in Variante nach dem i plus ersten Durchlauf. Dann haben wir zum einen hier das x i plus 1, also der Wert von x nach dem Schleifendurchlauf, da hat sich halbiert von vorher. Das ist also das gleiche wie x i geteilt durch 2. Und dann haben wir das y i und das ist ganz leicht, das ist das Doppelte von der y vorher. Also das ist zweimal y i und dann bleibt hier noch das p übrig. Das hat sich nicht geändert, also pi ist gleich pi plus 1. Kann ich also hier pi schreiben. Und nun lässt sich natürlich hier diese 2 gegen diese 2 hier kürzen. Das kürzt sich raus. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Wenn ich das eine verdopple und das andere halbiere, dann ist das Produkt natürlich das gleiche. Und das bedeutet, dass hier einfach x i mal y i plus pi steht. Und das ist genau das, was hier oben steht. Das ist ja genau der Wert der Schleifendvariante vor dem i plus ersten Schleifendurchlauf. Zweiter Fall, das x i ist ungerade. Dann ziehen wir eins ab und halbieren es und verdoppeln wieder das y und das p wird entsprechend angepasst. Das wird erhöht um den Wert y und zwar um den Wert y, bevor es verdoppelt wird. Also um y i. Schreiben wir das mal hier unten hin. Also Fall 2. Wir haben hier wieder x i plus 1, y i plus 1, pi plus 1, also die Werte am Ende der Schleife. Und das ist dann eben x i plus 1, haben wir oben stehen, ist x i den Wert davor, minus 1 geteilt durch 2. Und dann habe ich hier den Wert y i plus 1 und das ist einfach das Doppelte von dem vorherigen Wert y i, also 2 mal y i, genau wie das hier oben gewesen ist. Ja, und dann kommt das p dazu und das ist jetzt nicht das gleiche wie das pi. Da habe ich ja y drauf addiert und zwar das vorherige y. Also da steht jetzt pi und dann aber nochmal y i. Also das ist pi plus y i ergibt pi plus 1. Dann kann ich hier die 2 wieder wegkürzen und dann bleibt hier übrig der Ausdruck x i minus 1 mal y i. Das kann ich ausmodifizieren. Also dann steht da x i mal y i und dann noch minus 1 mal y i. Das ist also minus y i. Und dann muss ich noch hier plus pi plus y i schreiben. So, und dann sieht man hier minus y i plus y i das Feld raus und übrig bleibt dann also x i mal y i plus pi. Und Überraschung, das ist wieder die Schleifeninvariante. Jetzt steht genau das, was wir hier oben hingeschrieben haben, auch hier unten. Also in allen beiden Fällen ist die Schleifeninvariante nach der Schleife das gleiche wie die Schleifeninvariante vor der Schleife. Das heißt, es ist tatsächlich eine Schleifeninvariante. Sie bleibt gleich. Mithilfe dieser Schleifeninvariante, die wir gerade bewiesen haben, dass sie tatsächlich eine Schleifeninvariante ist, kann ich jetzt die Verbindung von Eingabe zur Ausgabe über alle diese Schritte, über alle diese Schleifendurchläufe des Algorithmus herstellen. Ich weiß ja, dass hier die Schleifeninvariante ist genau die gleiche wie diese hier. Es ist genau die gleiche wie hier. Das ist immer an den gleichen Stellen dasselbe. Und das hilft mir jetzt, um tatsächlich zu sagen, was die Ausgabe ist. Da schauen wir uns jetzt nochmal an. Was ist denn in dem Algorithmus ganz am Anfang das x und y und das p? Ja, hier oben steht es. x ganz am Anfang, also x0 ist gleich n, y0 ist gleich m und p0 ist 0. Und was ist ganz am Ende, wenn die Schleife zum letzten Mal durchlaufen worden ist? Dann gibt hier Algorithmus hier p zurück. Also p ist der Rückgabewert. Und was können wir über x und y sagen? Na, über y weiß ich nicht so genau, aber über x können wir was sagen. Denn das steht hier oben ja drin, in der Abbruchbedingung, x ist nicht mehr größer gleich 1. Denn wenn x größer gleich 1 gewesen wäre, hätte ich ja den nächsten Schleifendurchlauf gemacht. Und das Einzige, was hier übrig bleibt, ist, dass x gleich 0 ist. Hier jetzt nochmal unsere Erkenntnisse zusammengefasst. Am Anfang ist x und y und p sind n, m und 0. Und am Ende ist das x, das xk nach der Kartenschleife, was auch immer das k ist, ist gleich 0. Und ich gebe das pk zurück. Ja, dann können wir doch mal uns anschauen, was ist genau das, was ich da zurückgebe? pk, das ist ja das gleiche wie xk mal yk plus pk. Ja, warum? Weil das xk ja 0 ist. Egal, wie groß das y ist, 0 mal yk ist 0. Das heißt, das ist das gleiche. Und jetzt können wir unsere Schleifeninvariante ansetzen. Die Schleifeninvariante, dieser Ausdruck ist eben ganz am Ende des Algorithmus. Wenn alle Schleifen durchlaufen, sind genau das gleiche wie ganz am Anfang. Das heißt, ich kann jetzt hier statt k auch 0 schreiben. Das ist also gleich x0 mal y0 plus p0. Und jetzt setzen wir da oben die Werte ein. Was ist das? Das ist n mal m plus p0 ist 0, also gleich n mal m. Und jetzt schauen Sie mal, da steht es jetzt. Das pk, das ist das, was wir zurückgeben, ist gleich n mal m. Und damit sind wir fertig. Wir haben gezeigt, dass der Wert in Calculate ausrechnet, wenn wir n und m als Parameter übergeben, das Produkt von n und m ist. Das ist also eine Multiplikation. Deswegen heißt sie ja auch ägyptische Multiplikation. So kann man also die Korrektheit von einem Algorithmus beweisen. Hier ging es relativ leicht, weil der Algorithmus ja noch nicht so kompliziert ist. Bei komplexen Algorithmen kann das natürlich noch sehr viel umständiger und aufwendiger werden. Das ist das, was wir sehen.